Servus Leute und willkommen zurück bei der Shisha WG. Nachdem ich euch schon von der Tabaksteuererhöhung und der aktuellen Kohlesituation berichtet habe, habe ich heute leider die nächste schlechte Nachricht. Und zwar kam eine Verordnung raus, die besagt, dass ab dem 1. Juli 2022 nur noch 25 Gramm Päckchen verkauft werden dürfen. Das heißt, wir haben keine 200 Gramm mehr, keine 50 Gramm mehr und auch keine 1000 Gramm aka Kilopackung mehr, sondern nur noch 25 Gramm Päckchen. Warum das Ganze, was das Ganze bringen sollte und was es meiner Meinung nach wirklich bringen wird, das jetzt in diesem Video. Zuerst mal, was ist überhaupt passiert? Es wurde eine Verordnung rausgebracht, die siebte Verordnung zur Änderung von Verbrauchssteuerverordnungen. Und in Punkt 30 steht da eben drin, dass Shisha Tabak ab dem 1. Juli 2022 nur noch in 25 Gramm Packungen verkauft werden darf. Was ist überhaupt eine Verordnung? Eine Verordnung ist ein rechtskräftiger Text, der nicht wie ein Gesetz agiert, aber im Grunde genau dasselbe bezweckt. Also es ist auf jeden Fall rechtskräftig. Das heißt, es muss sich daran gehalten werden. Es ist basically wie ein Gesetz. Eine Verordnung kommt so zustande, dass jemand einen Referentenentwurf rausbringt. Und danach gibt es einen gewissen Zeitraum, in dem Stellungnahmen von verschiedenen Instanzen, seien das Hersteller, Firmen, Verbände, EVs und hast du nicht gesehen, eine Stellungnahme dazu abgeben können. Dann wird da eben nochmal ordentlich drüber nachgedacht. Und je nachdem, was in diesen Stellungnahmen dann vorkommt, werden die eben komplett ignoriert. Oder es wird nochmal was überarbeitet und dann kommt letztendlich die rechtskräftige Verordnung raus. Und die muss dann irgendwo in der offiziellen Stelle released werden. Meistens ist es der Bundesanzeiger. Und dann ist sie entweder nach 14 Tagen oder zu dem Datum, das da drin genannt wird, in dem Fall eben der 1.7.2022, rechtskräftig. Jetzt ist natürlich die Frage, warum macht man das Ganze? Also es muss ja irgendeinen Grund geben. Es muss ja irgendein Ziel geben, das da erreicht werden soll. Der Hauptgrund, der da immer häufiger genannt wurde, ist eben, dass die Bars richtig arbeiten sollen. Es ist ja schon länger bekannt, dass in Bars nur 20 Gramm Päckchen verkauft werden dürfen. Das heißt, es muss eine Einheit an Tabak an einen Kunden verkauft werden, inklusive dem Service, dass diese dann zubereitet wird. A.k.a. der Kopf gebaut wird und euch rausgebracht wird und das sauber gemacht wird und so weiter. Aber wie ihr vielleicht in Shisha Bars bemerkt habt, halten sich da relativ wenig Leute dran. Also ich glaube, ihr kennt das ja aus den Shisha Bars, muss ich nicht weiter ausführen. Theoretisch sollte das so sein, dass diese 20 Gramm Regelung durchgesetzt wird. Und das passiert eher nicht. Und da dachte sich die Bundesregierung wohl, oder die Referenten, die da eben diesen Entwurf gemacht haben, das wäre doch eigentlich eine gute Sache, wenn es Tabak nur in 25 Gramm Päckchen gibt. Weil dann können die ja nur 25 Gramm kaufen. Was die Leute da, glaube ich, nicht so sehr bedacht haben, ist, wie sich das Ganze dann wieder auf den Schwarzmarkt ausüben wird. Aber da kommen wir gleich noch zu. Dann kam eben der Referentenentwurf raus und dann ging das los mit den Stellungnahmen. Man kann sich das auch nochmal angucken auf der Website, zeige ich euch gerade mal. So, man kann sich dann eben hier beim Bundesministerium der Finanzen die siebte Verordnung zur Änderung von Verbrauchsteuerverordnung angucken. Gibt es einen kurzen Einleitungstext. Und dann sehen wir hier erstmal den Verordnungsentwurf. Den könnt ihr euch dann einmal angucken. Da stehen da schon viele drin. Zum Beispiel hier ist das Problem und die Zielsetzung, die dann eben erreicht werden soll. Wir haben dann Lösungen, die da genannt werden. Alternativen? Keine. Danke dafür, Digga. Erfüllungsaufwand, weitere Kosten, bla 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 bla. So was steht da alles drin. Und dann kommen wir zu dem nächsten Schritt, die Stellungnahmen zum Referentenentwurf. Diese Verordnung betrifft nicht nur Tabakbahnen, da geht es auch noch um andere Sachen. Deswegen sind hier auch noch so Sachen drin wie Klein- und Obstbrenner e.V. und noch viele andere Sachen. Aber wir haben auch Stellungnahmen von vielen Tabakherstellern, Tabakanbauern und Co. Zum Beispiel waren da dabei eine Stellungnahme von der Alfacher Distribution Germany GmbH. Wir hatten drin eine Stellungnahme des Bundesverbandes der Tabakwirtschaft und neuartigen Erzeugnisse. European Shisha Community Alliance, Interessengemeinschaft Tabakwirtschaft e.V. Mittelständische Unternehmen der Tabakwirtschaft e.V. Und Verband Deutscher Wasserpfeifen, Tabakmanufakturen und Händler e.V. Und wenn man die sich alle durchliest, dann kommt man eigentlich im Großen und Ganzen zu einem Schluss. Ich packe euch das auch nochmal alles in die Videobeschreibung und könnt euch das gerne alles nochmal durchlesen im Einzelnen. Im Großen und Ganzen kommt man zu einem Schluss. Das Ziel wird wahrscheinlich nicht erreicht. Es wird wahrscheinlich der Schwarzmarkt gefördert ohne Ende. Es wird tausendmal mehr Müll produziert und es wird alles viel teurer gemacht, weil die Firmen super viel umstellen müssen, um eben nicht wie gewohnt 50, 200 und 1000 Gramm zu produzieren, sondern auf einmal 25 Gramm. Also nicht mal mehr die 20 Gramm Dinger gehen, beziehungsweise könnten die vielleicht noch umgemogelt werden. Aber wie viel 20 Gramm Päckchen habt ihr überhaupt schon wirklich im Umlauf gesehen? Das heißt, viele Leute, die bis jetzt 200 und 1000 Gramm angeboten haben, die müssen ihre kompletten Produktionsstraßen ändern, um eben auf 25 Gramm umzurüsten. Da wurde in der Verordnung gesagt, dass da mit Mehrkosten insgesamt von 150.000 Euro gerechnet wird. In den Stellungnahmen liest man da definitiv andere Zahlen. Aber warum sollte man auf die Leute hören, die wirklich Tabak herstellen und verarbeiten? Die haben wir obviously keine Ahnung. Auf jeden Fall kamen die Stellungnahmen raus, die auch sehr schön geschrieben waren, wo ich sehr froh bin, dass wir da viele Namen drin sehen, die man ja schon kennt und die sich darum kümmern und die sich dafür einsetzen. Ja, hat halt nichts gebracht. Und dann kam die Verordnung raus und jetzt ist die Verordnung raus und jetzt ist das ein Ding. Also das ist durch. Wir können da auch nicht mehr irgendwie jetzt eine schöne Petition schreiben, eine schöne Petition starten und wir unterschreiben das alles und ganz toll. Und dann ist das vom Tisch. Das Ding ist durch. Die Stellungnahmen waren unsere Chance, das Ding zu ändern. Ja, und nachdem das eben durch war, also wir hatten den Entwurf, wir hatten die Stellungsnahmen und dann kam eben die verkündete Verordnung. Da kann man dann ein bisschen runterscrollen, könnt ihr euch auch alles nochmal durchlesen. Aber im Grunde ist das hier das absolut passende. Für Wasserpfeifentabak nach § 1 Absatz 2b des Gesetzes sind nur Packungen mit einer Menge bis zu 25 Gramm zulässig. Das heißt, es geht auch weniger, aber nicht mehr. Naja, und obwohl eben diese ganze Stellungnahmen dann am Start waren, die super schlüssig waren, die mega viel Sinn gemacht haben, die echt Insights geliefert haben, dass man da eben verstanden hat, das ist wahrscheinlich kein guter Ansatz, um das gewollte Ziel zu beheben, kam es eben trotzdem raus. Das Einzige, was man jetzt noch dagegen machen könnte, wäre dagegen klagen. Und gegen eine Verordnung klagen hat eine sehr, 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 sehr kleine Erfolgschance. Und gerade in dem Fall denke ich eine basically non-existente Chance. Was heißt das im Klartext? Das Ding ist durch. Juli 2022 kommen nur noch 25 Gramm Päckchen. Was bedeutet das Ganze jetzt und was passiert dadurch? Der erste und einer der wichtigsten Punkte für mich ist, das wird bei den Bars nichts ändern. Wie viele Bars kennt ihr, die trotzdem, obwohl schon die 20 Gramm Regelung draußen war, die trotzdem 1000 Gramm gekauft hat oder sogar 1000 Gramm vom Schwarzmarkt gekauft hat? Ihr kennt bestimmt auch etliche. Jeder Shisha-Raucher, der häufiger in Shisha-Bars ist, weiß, dass das Gang und Gäbe ist. Und ich glaube, genau das wird jetzt nur noch viel schlimmer. Das heißt nicht nur, dass der Staat das Problem nicht behoben hat, er hat auch noch ein komplett neues geschaffen. Und das ist, dass die Leute jetzt nicht mehr nur nicht 20 Gramm Packungen kaufen, sondern 2000 oder 1000 Gramm Packungen und ein bisschen vom Schwarzmarkt. Wenn das andere wegfällt, dann kaufen die ja nur noch auf dem Schwarzmarkt. Ansonsten würden Pfeifen in Shisha-Bars mindestens doppelt so teuer werden, weil das 25-Gramm-Gesetz in Kombination mit der geplanten Steuererhöhung wahrscheinlich dafür sorgen wird, dass so eine 25-Gramm-Packung irgendwas zwischen 4 und 6 Euro kostet oder für Premium-Tabak wahrscheinlich sogar noch mehr. Und nicht nur in den Bars ist das Ding scheiße. Also eigentlich sollten wir ja ein Problem in den Bars beheben. Wir schaffen aber auch noch ein komplett neues im privaten Sektor. Oder wenn ihr jetzt mal drüber nachdenkt. 25 Gramm könnt ihr euch kaufen. Jetzt raucht ihr aber ein Lidlip mit 15 Gramm. Dann habt ihr ja 10 Gramm über, für den ihr scheiße viel Geld jetzt ausgegeben habt mit der Steuererhöhung und der 25-Gramm-Regelung. Dann schmeißt doch keiner 10 Gramm Tabak weg. Oder selbst wenn, dann würden die also dafür sorgen, dass 10 Gramm Tabak weggeworfen werden. Aber das wird nicht passieren. Die Leute werden dann basically dazu gezwungen, sich eine neue 25-Gramm-Packung zu holen. Dann haben die 40 Gramm zu Hause. Dann können die wieder zweimal 15 Gramm in ihrem Lidlip zum Beispiel rauchen. Und dann haben sie wieder was übrig. Also was machst du? Entweder wieder wegwerfen, was keinen Sinn macht, wo keiner Bock drauf hat. Oder du kaufst dir die nächste Verpackung. Das heißt, die geplanten Ziele durch die Tabaksteuererhöhung, nämlich dass die Bürger gesünder werden und weniger rauchen, die wird dadurch basically ziemlich belastet. Weil das wird keiner machen. Dann wirst du immer von 25 Gramm Packung deine Reste aufheben und die nächste kauf. Und wieder die nächste kaufen. Oder selbst wenn ihr euch 10 auf einmal kauft, sodass ihr dann auf 250 Gramm Tabak kommt, dann müsst ihr 10 Mal die Plastikfolie abmachen, die Pappschachtel aufmachen, das Alutütchen rausnehmen, den Tabak da rauskratzen, dann bleibt wieder Tabak da drin hängen, dann schmeißt ihr das weg und dann nehmt ihr die nächste. Und das macht ihr dann für 10, 25 Gramm Packung, um in eurer Schale dann irgendwo 250 Gramm Tabak zu haben, sodass das sich wieder halbwegs normal anfühlt. Und dann habt ihr 10 Mal eine Plastikfolie drumherum, 10 Mal einen Papierkarton und 10 Mal eine Alufolie, wo der Tabak letztendlich drin liegt. Das heißt, wir werden scheiße viel Müll produzieren. Und das bei dem ganzen Gerede über Umweltfreundlichkeit und Behebung von Müllquellen und geil, wir haben jetzt Einwegstrohhalme verboten und dann kommt wieder sowas. Und da muss man sich halt einfach denken, was geht da ab? Also, es macht einfach keinen Sinn. Und wenn das so unattraktiv gemacht wird, für die Leute 25 Gramm Packung legal in einem Laden zu kaufen, dann kann ich mir sehr gut vorstellen, dass der Schwarzmarkt wie damals bei der 5% Regelung, es gab mal eine Zeit, in Deutschland dürfte Tabak nur 5% Feuchtigkeit haben. Das ist dann natürlich komplett für den Arsch. Da hat der Schwarzmarkt geboomt, da gab es ganze Facebook-Gruppen, wo Alfacher verkauft wurde, wo du niemals nachvollziehen kannst, ist das wirklich irgendwie Alfacher, der irgendwie ohne Steuerbanderole nach Deutschland gekommen ist? Oder wurde der in irgendeinem Keller, in der Badewanne mit Füßen tretend, angemischt mit Gott weiß was für Zutaten? Und ich glaube, da werden dann eben auch die privaten Leute dazu gezwungen, wieder mehr auf dem Schwarzmarkt zu kaufen. Das ist natürlich illegal, Steuerhinterziehung, das darf man nicht, also solltet ihr nicht machen. Ich kann mir trotzdem vorstellen, dass das sehr, sehr viele Leute machen. Und dann kann sich die Regierung da mal schön auf die Schulter klopfen, weil offiziell die Tabakverkäufe um 30% gesunken sind. Die Schwarzmarktverkäufe werden meiner Meinung nach aber schön nach oben gehen. Und wie gesagt, da weiß man nicht, was drin ist. Du weißt nicht, wer das Zeug gemacht hat. Du hast keinerlei Nachweis. Das heißt also, wenn wir uns nochmal das Ziel angucken, dass eben der illegale Kauf in Shisha-Bars unterbunden werden soll, weil es ja nur noch legalerweise 25-Gramm-Packungen gibt, glaube ich für meinen Teil, dass es in den Bars nichts ändern wird, im privaten Sektor nur für noch schlimmere Situationen sorgen wird. Der Schwarzmarkt wird boomen, die Müllproduktion wird nach oben gehen ohne Ende und ansonsten wird kein einziges Ziel erreicht, was man irgendwie als erreichenswert festlegen könnte. Jetzt fragen wir uns vielleicht noch, okay, das klingt ja alles ziemlich scheiße, also lass doch da was gegen machen. Lass doch da eine Petition, wir unterschreiben da jetzt schön alle und dann hat sich die Sache. Das Problem damit ist, dass die Verordnung durch ist. Das Ding ist gegessen. Unsere Chance waren die Stellungnahmen, die auch sehr gut geschrieben wurden. Bin ich sehr dankbar für jede einzelne Stellungnahme, die da geschrieben wurde, die da hingesendet wurde. Das Dumme ist nur, die haben wir nichts gebracht. Und jetzt haben wir den Salat. Und Fakt ist, ab 1. Juli 2022 wird es nur noch 25 Gramm Päckchen geben. Ich bin sehr gespannt, was mit dem Shisha Markt passieren wird. Ich bin der Meinung, der Schwarzmarkt wird boomen. Das wird besser denn je für den Schwarzmarkt. Die Steuereinnahmen werden sinken, die Leute werden genauso viel rauchen und die Bars werden genauso viel Tabak da haben wie vorher. Nur, dass es eben für uns unnachvollziehbar ist, wo der herkommt. Die Steuereinnahmen sinken und so weiter. Ich drehe mich im Kreis und genau das ist auch der wichtige Punkt. Wenn man eben versucht, das irgendwie sinnvoll zu begründen, dann wird man sehr schnell feststellen, gibt es keine. Tut mir leid, dass ich wieder so schlechte Nachrichten für euch habe. Leute, gebt gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr sagt, Marv, danke für die Infos. Tut mir einen Gefallen. Drückt nicht den Daumen nach unten, nur weil das jetzt schlechte Nachrichten sind. Sagt euren Freunden Bescheid. Und ansonsten habe ich hoffentlich das nächste Mal wieder ein schöneres Video für euch. Bis dahin. Macht's gut. Eure Shisha WG.